Ich liebe Allah und der Islam und der Koran und der Jannah Ich liebe Jachafil und der Iman Ich liebe Jachafil und der Sunnah Ich liebe Allah und der Islam Sein Diener und Gesandt ist Alhamdulillah, liebe Geschwister Nach einer etwas längeren Pause Werden wir heute insha'Allah fortsetzen Mit unserem Kapitel Assyan Und wir reden über das Fasten Und wenn Allah uns heute die Gunst gibt Werden wir heute das Thema beenden Insha'Allah, es kann sein Dass nächste Woche Montag das Fest ist Es kann sein, dass am nächsten Montag das Fest ist Und dann würde der Unterricht ausfallen Natürlich, weil am Tag vom Fest Gibt es andere Dinge, die man macht Insha'Allah, habt ihr Verständnis dafür Wenn Montag der Tag ist Dann fällt der Unterricht aus Damit ihr Bescheid wisst Und wenn wir das heute schaffen Diesen Kapitel zu Ende zu führen Assyan Dann fangen wir das nächste Mal mit Kitabun Nikah an Und zwar reden wir über das Buch der Heirat Und über die ehelichen Beziehungen Wie das bei uns im Islam Alles festgelegt ist Liebe Geschwister, wir haben natürlich schon einige Dinge besprochen Bezüglich des Fastens Heute werden wir darüber sprechen Was ist beim Fasten erlaubt Und es gibt manche Geschwister Sie machen sich Sorgen Wenn sie bestimmte Handlungen im Monat Ramadan vollziehen Und sind sich gar unsicher Ob diese Handlungen überhaupt für sie erlaubt sind oder nicht Und wichtig ist für den Muslim Dass er seine Gottesdienste richtig erlernt Auf dass er nach dem Wohlgefallen Allahs Azzawajal handelt Und keine Fehler begeht Denn Allah Azzawajal hat uns auferlegt Diese Religion zu erlernen Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen Damit sie mir dienen Damit du aber weißt Wie du Allah dienst Musst du dieses erlernen Und deswegen sagte der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam In einer Überlieferung bei Ibn Maja Talabu al-ilmi faridatun ala kulli Muslim Das Erlernen des Wissens ist verpflichtend Für jeden einzelnen Muslim Wie auch nein Wie kann der Muslim seine Ibadat vollziehen Wenn er seine Religion nicht erlernt Aber subhanallah al-adhim Viele fasten und kennen die Regeln für das Fasten Und bei vielen ist das Fasten ungültig Und bei vielen ist auch das Gebet ungültig Warum? Weil sie nicht die Regeln dafür gelernt haben Sagt man Ja gut Muss ich jetzt alles wissen? Nein Aber du musst wissen was du tust Und wenn du eine Sache 5 Jahre machst Oder 10 Jahre Es gibt Leute Der fastet seit 20 Jahren Und er kennt immer noch nicht die Regeln Geht das? Ist das erlaubt? Natürlich nicht Deswegen ist es wichtig für uns Dass wir in erster Linie Das religiöse Wissen erlernen Das ist wichtiger Als jede andere Art vom Wissen Nicht falsch verstehen Ich sage nicht dass man Kein Lehrer werden darf Oder Pilot werden darf Oder Arzt werden darf Oder sonstiges Aber Aber bevor du diese Dinge erlernst Erlernst du erstmal Deine Religion Denn die Dienerschaft zu Allah Das ist der Grund Warum Allah Azzawajal Dich erschaffen hat Und deswegen Musst du dieses erlernen Wenn ich es meiner Umma Meiner Nation Nicht all zu schwer machen würde Hätte ich ihnen das befohlen Natürlich nicht Weil Allah Azzawajal sagt Er spricht nicht aus Begehrde Der Gesandte Allah Sondern vielmehr ist das Was er euch sagt O ihr Diener Allahs Eine Offenbarung Von seinem Herr Allah Subhanahu wa ta'ala Natürlich der eine oder andere Wird fragen Wie kann ich den Siwak benutzen Denn der Siwak hat ja Was? Was hat der? Geschmack Schaut mal was Ibn Selin Für eine Frage gestellt wurde Und diese Überlieferung Liebe Geschwister Ist bei Ibn Abi Sheyba Rahmatullah Aleh Und auch Al-Bukhari Hat sie Ta'liqan Erwähnt Das bedeutet im Anhang Ibn Selin Rahmatullah Aleh Er sagt Es gibt überhaupt Gar kein Problem Den Siwak zu verwenden Er meint damit Für den Fastenden Nisaim Für den Fastenden Dann wurde zu ihm gesagt Lahu ta'am Dieser Siwak hat Geschmack Er sagt Und das Wasser hat auch Geschmack Und du vollziehst die Spülung Mit dem Mund Hat das Wasser den Geschmack? Ja oder nein? Ist es genau dasselbe Und ist es uns verboten worden Magma da zu machen Das bedeutet den Mund auszuspülen Beim Vodou Antwort Nein Seid ihr Fasten? Spült ihr euren Mund aus Beim Vodou Ja oder nein? Das heißt was gelangt in dem Mund? Wasser Was hat Wasser? Wasser hat ebenfalls Geschmack Deswegen ist es überhaupt kein Problem Den Siwak zu benutzen Liebe Geschwister Sheikhul Islam Rahmatullah Aleh Sagt in Fatawa Al-Kubra Wa amma Siwak Fajaaizun bilaniza Was den Siwak anbetrifft So ist er in jedem Fall erlaubt Ohne Eine Meinungsverschiedenheit Ta'liqan Wie ist das mit der Zahnpasta? Natürlich Al-Ma'joon Das bedeutet Zahnpasta Ma'joon al-Asnan Das ist in der letzten Zeit gekommen Ist dieses erlaubt oder nicht? Die Gelehrten haben das erlaubt Sheikh bin Bas Rahmatullah Aleh Sagt Das Benutzen der Zahnpasta Macht nicht das Fasten für den Fastenden ungültig Und es ist praktisch wie die Benutzung des Siwak Wir haben doch gesagt Der Siwak hat was? Hat Geschmack Na? Aber es heißt nicht Dass du die Zahnpasta auspressen sollst In deinem Mund Und runterschlucken sollst So ist das nicht gemeint Sondern Es ist gemeint Dass wenn du Auch ein Geschmack erfährst Dieser Geschmack Ist nicht Eine Ursache Eine Sache Die dein Fasten Ungültig macht Ich hoffe Die Sache ist klar Bezüglich des Siwak Es ist überhaupt kein Problem Ihn zu benutzen Es gibt auch Siwak Die haben Pfefferminzgeschmack Und so weiter Und so fort Hauptsächlich Du isst den Siwak nicht auf Ja? Es sind welche Die sind übertreibbar Und dann kaut er da drauf Ja? Solange dies nicht der Fall ist Ist das kein Problem Die zweite Sache Liebe Geschwister Man darf seine Ehefrau küssen Während man Fasten ist Aisha Und Um Salama Radiyallahu anhun Sie sagte Sie sagten Um Salama Und Aisha Radiyallahu anhun Der Prophet Mohammed Sallallahu Aleyhi Wasallam Hat geküsst Und war intim Ich komme gleich dazu Während er fastend war Und niemand hatte sich Unter Kontrolle Wie der Gesandte Allah Sallallahu Aleyhi Wasallam Die Überlieferung ist erstmal Bei Bukhari Und Muslim Liebe Geschwister Es ist erlaubt Für den Fastenden Seine Frau zu küssen Aber was heißt küssen? Küssen Nicht küssen Ich hoffe jeder versteht Was ich meine Ein flüchtiger Kuss Der was nicht verursacht Auch ein normaler Kuss Verursacht Gefühle Das ist nicht gemeint Ein normaler Kuss Verursacht auch Gefühle Aber nicht mehr Ich denke jeder versteht Was ich meine Ich brauche das nicht auszuführen Bedeutet Nicht ein Kuss In der Art und Weise Dass dieser Kuss Vollgehandlung nach sich zieht Möge Allah Sallallahu Uns bewahren Aber wer das nicht Unter Kontrolle hat Was denkt ihr Darf er oder darf er nicht? Hä? Na? Er darf nicht Aber schön Dass wir darüber gelebt haben Der Fastende Darf seine Frau küssen Ein leichter Kuss Und der Prophet Mohammed Guckt mal Wie am Ende beschrieben wurde Er hatte sich Am meisten unter Unter Kontrolle Das heißt Sallallahu alaihi wa sallam Hat die Grenzen Nicht überschritten Aber manche Bei ihnen Besteht die Gefahr Dass sie die Grenzen Überschreiten Ihr wisst Es gibt Leute Die sind ein Hormon Mit zwei Füßen Wenn irgendwas sie berührt In diesem Fall Nein Zurückgrüßung Oder Abschied Ist kein Problem Das steht nicht drin Und das steht nicht drin Es steht drin Der Prophet Mohammed Sallallahu alaihi wa sallam Hat seine Frau geküsst Hat sie geküsst Und Yubashir Die Gelehrten Wie Asindi Er erklärt Er erklärt Yubashir Keiner Yubashir Das bedeutet Dass wenn man seine Haut An die Haut Von seiner Partnerin Reibt Von seiner Ehefrau Das ist Yubashir Das bedeutet praktisch Die Wange An die Wange reiben Diese Art Ist auch eine Intimität Es ist kein Problem Dieses zu vollziehen Das bedeutet Liebe Geschwister Man darf seine Ehefrau küssen Habt ihr überhaupt Ehefrau Dann dürft ihr auch nicht küssen Nein Dieses ist ebenfalls erlaubt Auch Darf der Fastende Seinen Mund ausspülen Sallallahu alaihi wa sallam Er sagte Der Gesamte Allah Und ihr macht kein Salawat auf ihn Sallallahu alaihi wa sallam Er sagte Balir Filistinschar Illa Antakuna Saima Spüle deine Nase Und deinen Mund Intensiv Ja sogar Balir heißt Übertreibe dabei Übertreibe dabei Außer Wenn du fastest Hier haben wir zwei Informationen Erstmal Der Fastende Darf er Oder darf er nicht Seinen Mund und seine Nase ausspülen Antwort Ja Was kann passieren Es kann Wasser Durch die Nasenhöhlen gelangen In den Rachen herein Richtig Kein Problem Du hast hier nicht Dein Fasten gebrochen Aber Der Prophet Mohammed Sallallahu alaihi wa sallam Hat dir eine Regel vorgegeben Du sollst nicht Bei dieser Handlung Übertreibe Aber wir haben die Information Wenn du nicht fastest Dann sollst du Übertreiben Schaut mal Balir Filistinschar Spüle deine Nase Und deinen Mund Intensiv Das heißt Übertreibe darin Außer Wenn du fast Das heißt Wenn du nicht fastest Bist Dann übertreibe Da Ein weiterer Punkt Liebe Geschwister Ist zu leise Die Schwestern beschweren sich So ist gut So ist gut Ich glaube So Okay Ich hoffe Dass man das hört Inschad Man darf das Essen Abschmecken Liebe Geschwister Wenn man dieses braucht Man darf das Essen Abschmecken Wenn man dieses braucht Auch für die Schwestern Dass sie auch wissen Wird der Mann mit mir zufrieden sein Oder ist der Salzgehalt zu hoch Weil meistens Hängt die Behandlung des Mannes Davon ab Ob die Frau Ein leckeres Essen gemacht hat Oder nicht So ist das bei den meisten Haushalten Möge Allah uns bewahren Ist das Essen lecker Ist der Mann lieb Ist das Essen nicht lecker Dann wird der Mann Etwas zornig Und das kriegt die Frau dann Zu spüren Was ist der Beweis Dass man das Essen abschmecken darf Qala ibn Abbas Ibn Abbas Er sagte La baasa Es ist kein Problem Das Essen abzuschmecken Bedeutet Liebe Geschwister Nachdem du es abgeschmeckt hast Schluckst du es runter Oder spuckst du es aus Ausspucken Nicht dass man jetzt hier Eine komische Richtung einnimmt Fasten ohne Fasten Ihr wisst schon was ich meine Du tust das Auf deiner Zunge Dann merkst du ja etwas Danach spuckst du es anschließend aus Diese Art ist erlaubt Wallahu ta'ala A'la Wala Auch darf man ein Bad nehmen Liebe Geschwister Das heißt baden Oder duschen Oder sogar wenn jemand Eine kleine Runde Im Meer schwimmen will Ohne die Meerjungfrauen Ist klar ja Ihr versteht schon alle Dann ist das kein Problem Aisha Und auch Und auch um Salama Sagten an Rasulallah Sallallahu alaihi wasallam Kana yudrikuhu Al Fajr Wahua Junub Wahua Junub Min Ahlihi Thumma Yaktasil Der Gesandte Sallallahu alaihi wasallam Und die Belieferung Bei Bukhari Und Muslim Er war Zum Anbruch Vom Fajr Das bedeutet Als das Fajr Schon angefangen hat War er im Junub Zustand Was bedeutet Junub Hä Was bedeutet Junub Na Janaba Zustand Ja aber was heißt das Na Was heißt unrein Ja jetzt wenn du einen sagst Unrein Große Unrein Was ist große Unreinheit Zum Beispiel Wenn bei jemanden Samenflüssigkeit ausgetreten ist Zum Beispiel Im Traum Okay Das erlaubt Das nicht verboten Das ist die erlaubte Oder Man hatte Geschlechtsverkehr Mit seiner Frau Und dann gibt es eine Sache Die ist verboten Was viele Jugendliche In dieser Zeit leider praktizieren Die Selbstbefriedigung Möge Allah Sallallahu alaihi wasallahu alaihi wasallam Das ist verboten Liebe Geschwister Aber Der Prophet er war intim mit seinen Frauen und als er aufgestanden ist, das heißt nach Fajr, hat da das Fasten schon begonnen oder nicht? Ja, so war er im Junub-Zustand. Was hat er gemacht? Er hat gefastet. Aber er hat ein Bad genommen und weiter gefastet. Weil das Fasten hat nichts mit was zu tun mit dem Junub-Zustand. Du musst deinen Junub-Zustand aufheben für was? Für das Gebet. Nee, aber das Fasten hat nichts mit dem Junub-Zustand zu tun. Mahfoum, verstanden? Diese beiden Sachen bitte nicht durcheinander mischen, liebe Geschwister. Auch eine Frau, wenn sie reingeworden ist nach der Menstruationsphase und sie hat noch nicht das Bad genommen, das heißt sie hat noch nicht die Großwaschung vorgenommen, sie hat noch nicht die Großwaschung vorgenommen, sie kann hier Fasten sein schon an dem Tag, aber sie holt die Großwaschung natürlich nach, liebe Geschwister, weil dieser Junub-Zustand hat nichts mit dem Aufheben des, nichts mit dem Fasten zu tun. Ja, aber nicht, dass man jetzt ins Schwimmbad geht, ja? Sechstraße und so. Subhanallah, ein Bruder sagte zu mir, die Schwimmbäder sind voll mit fastenden Muslimen. Möge Allah uns bewahren. Ich mache nur eine Klammer auf und eine Klammer zu, wenn ihr mir gestattet. Ich weiß nicht, ob man uns hört, also Allah. Schaut mal, liebe Geschwister, es gibt Leute, die wollen das Paradies durch die Taten des Höllenbewohnern. Ich hoffe, man versteht meine Worte. Es gibt Leute, die wollen das Paradies mit den Taten der Höllenbewohnern. Was meint Abu'l-Bara damit? Wer kann mir das erklären? Hä? Wer kann mir das erklären? Wenn du die Leute fragst, die jetzt ins Schwimmbad gehen, möchtet ihr in das Paradies, was sagen sie? Ja. Du fragst sie weiter, möchtet ihr, dass Allah euch im Ramadan vergibt? Antwort, was sagen sie? Ja. Dann fragst du, du begehrst das Paradies mit den Taten der Höllenbewohnern? Was ist das für eine Tat, in das Schwimmbad zu gehen? Wo die gesamten nackten Menschen, ich sage nicht nur Frauen, auch Männer, es ist verboten, für die Männer sich nackte Frauen anzuschauen und für die Frauen sich nackte Männer anzuschauen. Ja, wie fürchtest du Allah nicht? Im Ramadan möchtest du nicht die Vergebung Allahs, wenn nicht im Ramadan, in welchem Monat? In welchem Monat erreichst du die Vergebung Allahs, wenn nicht im Ramadan? Allah ist immer barmherzig, aber besonders im Monat Ramadan. Er hat die Schayatin angekettet. Er hat die Toren des Höllenfeuers geschlossen. Er hat dir alle Türen zum Paradies eröffnet. Nur mit einer einzigen Erlaubnis, dass du in das Paradies gehst. Daraufhin sagst du, ja Allah, schließe mir alle Toren des Paradieses und öffne mir alle Tore des Höllenfeuers, denn ich möchte die Vergebung mit den Taten wer? Hä? der Höllenbevorderung. Und die Besten sind die, die dir sagen, ja du brauchst ja nicht auf die Frauen zu schauen, im Schwimmbad. Mashallah. Mashallah. betrügen die Leute sich selber Antworten? Die betrügen sich selber. Aber wisst ihr, was schlimm ist in dieser heutigen Zeit? Die Leute sind zufrieden damit, dass sie sich selbst betrügen. Ey Allah, wir haben diese Zeit erreicht. Sie sind zufrieden mit ihren Sünden. Sie wollen ihre Sünden gar nicht verlassen. Wie viele lügnerische Zungen und Abul Baraj spricht immer Klartext. Ich bin keiner, der jemanden Honig ums Maul schmiert, damit er in Jahannam geht. Möge Allah uns bewahren. Sondern ich sage den Leuten, wie der Weg in Jahannam ist und wie der Weg in das Paradies ist. Es gibt Leute, der sagt dir, ja schau mal, meine Nia ist gut, meine Absicht ist gut und ich bin doch fastend im Schwimmbad. Ich faste doch. Ich mache doch nichts Schlechtes und ich senke meine Blicke. Leute, die ihre Sünden gar nicht verlassen wollen, sondern sie sind, um ehrlich zu sein, zufrieden mit ihren Sünden. Denn wenn jemand seine Sünden verlassen wollte, welcher Monat ist geeigneter als der Monat? Ramadan. Und derjenige, der den Monat Ramadan erreicht und ihm wird nicht vergeben in diesem Monat, er wird mit seinem Gesicht in das Höhenfeuer geborfen. Hadith Jibril authentisch. Allah möchte, dass du in das Paradies gehst und nicht in das Welt. Und eine Frage, liebe Geschwister, was haben die Jugendlichen bei so einem Wetter draußen zu suchen? Nein. Hast du eine Arbeit? Okay, entschuldigt. Hast du eine wichtige Angelegenheit? Entschuldigt. Aber dass du einfach nur so draußen bist. Man sagt, um die Natur zu kosten. Mit Natur meint der Frau. Dieses unterlässt. Es gibt Leute, die gehen raus und sehen so viele Dinge, die sie verrückt machen. Da gibt es eine Frage, wie löst du dann das Problem, nachdem du verrückt geworden bist? Wie löst du das Problem? Er ist nicht verheiratet. Wie löst er das Problem? Und manche Dinge muss man nicht näher erklären. Möge Allah Azza wa Jalla uns vergeben. Eine Frau darf zum Frauenarzt, während sie fastend ist. Selbst wenn sie vom Frauenarzt, wie meinen Frauenärztin, behandelt wird. Ich möchte nur zwei Worte zu den muslimischen Mädchen sprechen. Fürchtet Allah und habt Scham. Wisst ihr, was eine Schwester sagte? die zum Frauenarzt geht und man sagte ihr, warum gehst du zu einem Frauenarzt und nicht zu einer Frauenärztin? Sie sagte, der Mann ist erfahrener. Der Mann ist erfahrener. Es ist verboten, für eine Frau zum Frauenarzt zu gehen, wenn sie wohin gehen könnte, zu einer Frauenärztin. Es ist verboten. Guckt mal, wie die Vöhrgelehrten genau die Sache unterscheiden. Wenn es überhaupt keinen anderen Arzt gibt, ist das was anderes. Aber wenn du einen Frauenärztin hast und einen muslimischen bevorzugt, dann darfst du als Frau wohne ich hingehen zu einem Frauenarzt. Wie er es erfahren hat. Will Allah uns nicht alles verstehen lassen. Allahi, man will gar nicht verstehen, was manche Leute meinen. Subhanallah, eine Frau sollte Scham haben, sollte Anstand haben. Deswegen geht sie zu einer muslimischen Frauenärztin. In erster Linie, wenn sie keine muslimische Frauenärztin findet, dann geht sie zu einer Frauenärztin, die nicht muslimer sind. Aber sogleich, das ist der Nächste, den ich gefunden habe. Fürstaunbar. Und hat etwas Scham gegenüber dir selber und gegenüber deiner Religion. Es ist kein Problem, zum Frauenarzt zu gehen, liebe Geschwister. Zäpfchen? Zäpfchen, ihr wisst alle, was Zäpfchen sind? Wer weiß nicht, was ein Zäpfchen ist? Zäpfchen sind, wie können wir das beschreiben? Die werden in den After eingeführt. Okay? Die werden in den After eingeführt. Das gibt es verschiedene Größen und verschiedene Sachen. Dieses bricht nicht das Fasten. Dieses bricht nicht das Fasten, liebe Geschwister, denn das dient als Abführmittel. Und diese Abführmittel brechen nicht das Fasten. Auch jemand, der einen Zahnarzttermin hat, er soll das nicht im Ramadan machen. Aber wenn sich das nicht verschieben lässt, wenn das eine dringende Angelegenheit ist, dann kann er auch seine Zähne behandeln lassen. Er kann zum Zahnarzt gehen und es macht sein Fasten nicht ungültig. Er soll aufpassen, dass er nichts schluckt, liebe Geschwister. Augentropfen, Ohrentropfen ist kein Problem. Selbst wenn etwas in den Rachen gelangt, weil du hast es nicht als eine Art Essen verwandelt. Du hast es nicht als eine Art Essen verwandelt. Auch derjenige, der Asthmatiker ist und dieses Asthma-Spray benutzt, liebe Geschwister, dieses ist kein ungültig werden des Fastens. Er kann weiter fasten, weil es ist überhaupt kein Problem für diese Person. Ebenfalls Spritzen, die eingenommen werden, wenn sie keine Nährwertspritzen sind. Die Ärzte unterscheiden zwischen Spritzen. Da sind Nährstoffe drin, das bedeutet wie Essen und Trinken, nur in Flüssigkeitsform, dieses bricht dein Fasten. Aber wenn es andere Spritzen sind, wie zum Beispiel Penicillin-Spritzen oder Insulin-Spritzen oder Impfung, dieses ist kein Problem und du kannst hier weiter fasten, wie Ibn Ibrahim, Rahmatullah Ali, sagte, liebe Geschwister. Wir kommen jetzt zum Tarawih-Gebet. Gibt es Fragen erstmal zu dem Thema, was wir gemacht haben? Bitte kurze Fragen und verständliche Fragen und Fragen, die für jeden interessant sind. Blutabnahme ist auch kein Problem. Das verletzt nicht das Fasten. Das bricht nicht das Fasten, liebe Geschwister. Was macht man, wenn man Siwak benutzt und es gibt Reste vom Siwak im Mund, die spuckt man einfach aus. Wenn man sie aus Versehen verschluckt hat, ist kein Problem, aber man soll das, schaut mal, es gibt immer einen Unterschied zwischen aus Versehen und schon sehr, sehr absichtlich. Noch eine Frage dazu? Nein. Dann machen wir weiter mit dem Tarawih-Gebet, liebe Geschwister. Erstmal, jeder sollte wissen, das Tarawih-Gebet hat eine gewaltige Belohnung. Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, innahu man kama ma'al-Imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla. Wer mit dem Imam, bedeutet mit dem Vorbeter, das Gebet, bedeutet das Tarawih-Gebet, bis zum Ende verrichtet, vom Anfang bis zum Ende, so wird ihm dieses so geschrieben, als hätte er die ganze Nacht durchgebetet. Du stehst mit dem Imam, wie viel Raka betet man hier? Elf? Dann betest du die Elf Raka'ah mit dem Imam. Und wenn du zu Ende bist, das bedeutet, wenn du mit dem Imam abgeschlossen hast, dann schreibt Allah dir die Nacht, als hättest du sie durchgebetet. Frage, hättest du es geschafft, durchzubeten? Antwort, Nein. Aber Allah schreibt dir die Nacht, als hättest du sie durchgebetet. Lieber Bruder und liebe Schwester, und schön ist auch bei der Sache, du hast schon mal mit dem Gebet abgeschlossen. Denn im letzten Drittel der Nacht gibt es nicht nur das Gebet, es gibt auch andere Dinge. Manche Leute denken, es gibt nur das Gebet, was können wir noch machen im letzten Drittel der Nacht? Wenn man aufstehen möchte. Na? Wir haben ja gerade gesagt, es gibt nicht nur das Gebet. Dua, sehr schön. Allgemein Zikr, Allah Azza wa Jalla, Preisen, das kannst du alles im letzten Drittel der Nacht machen. Denn die Nacht wurde dir schon geschrieben, als hättest du sie durchgebetet. Und es gibt noch andere Eibadat. Aber wer nach diesen Elf Raka'ah in der Nacht nochmal aufstehen möchte, im letzten Drittel, und was beten möchte, zwei Raka'ah, kein Problem. Hier ist es ihm erlaubt. Liebe Geschwister. Na, bezüglich des Tarawih-Gebetes, so gab es eine Überlieferung an Aisha um Al-Mu'minin, radiyallahu anha. Sie sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat, bedeutet im Monat Ramadan, für die Menschen vorgebetet. Und, er kam drei bezüglich, beziehungsweise vier Nächte heraus. Das heißt, die war sich hier unsicher, radiyallahu anha wa al-da'an. Er kam drei oder vier Nächte zu den Menschen heraus und hat für sie Vorgebete. Frage, gibt es für das Tarawih-Gebet einen Beweis, ja oder nein? Ja oder nein? Ja. Ihr hört doch gerade den Beweis. Subhanallah, seid ihr mit mir oder seid ihr schon beim Iftar? Das ist der Beweis. Warum sage ich euch das? Weil es gibt Leute von Ahlul Bida'at, der sagt dir, hmm, Bida'at ist erlaubt zu beginnen. Sagst du ihm, mit welchem Argument sagt er dir, Omar ibn al-Khattab hat in seiner Zeit die Menschen zusammengetrommelt und sie haben alle hinter Uwe ibn Ka'b, radiyallahu anha das Gebet verrichtet und er sagte dann, na'am al-Bida'at hadhi, was für eine schöne Bida'at. Also sagen sie, es ist erlaubt. Erstmal sagen wir ihnen, Barak laufikum, ihr habt die Texte total falsch verstanden. Erstmal, wo ist der Beweis, dass nicht Omar diese Tat angeführt hat, sondern der Prophet dieser Hadith, Nummer 1. Das heißt, hat dieser Hadith, hat diese Tat einen Ursprung, ja oder nein? Hat sie Asl, ja oder nein? Okay, hat Bida'at ein Asl? Eine Neuereum? Hat sie? Nein. Bedeutet, diese Leute haben was richtig verstanden oder falsch verstanden? Falsch verstanden. Aber was meint hier Omar, was für eine schöne Bida'at, er meinte sprachlich. Weil die gesamte Zeit hat das geendet nach dem Propheten Mohammed, bis Omar ibn al-Khattab in seiner Zeit wieder diese Leute zusammengeführt hat. Und die Leute, die uns sagen, ja warum erst in der Zeit von Omar und nicht in der Zeit von Abu Bakr. Erstmal sagen wir ihnen, sowieso, Abu Bakr ist ein Beweis in unserer Religion. Und Omar ist ein Beweis und Osman und Ali. Der Prophet Mohammed, sallallahu al-Sallam, sagte, Aleykum bisunnat wa sunnat il khulafa irrajidin al-Mahdiyin. Abu alayha bin Nawajid. Er sagte, ich befehle euch, meine Sunna zu praktizieren und der Sunna meiner rechtgeleiteten Khulafa. Da sind sie im Hadith. Wo stehst du im Hadith? Sind sie im Hadith erwähnt? Ja oder nein? Selbst wenn dieses Tarawih-Gebet kein Ursprung hätte. Aber es hat einen Ursprung. Würden wir zu denen sagen, der sagte, ja Omar hat das eingeführt. Omar darf du nicht. Weil Allah wusste über diese vier rechtgeleiteten Khulafa, dass sie befolgen werden oder erneuern werden. Dass sie befolgen werden. Was hat Omar ibn al-Khattab gesagt, als er vor dem schwarzen Stein saß? Vor dem schwarzen Stein war? In Mekka? Er sagte, Wallahi, ich weiß, du bist ein Stein. Du kannst nicht schaden und nichts nützen. Und wenn ich nicht gesehen hätte, wie der Prophet Mohammed dich geküsst hat, hätte ich dich auch nicht. Ein Beweis für die Befolgung von von Omar ibn al-Khattab. Man muss die Religion verstehen, um nicht dieselben kranken Gedanken wie von Ahlul-Bidda'a zu bekommen. Möge Allah uns weit von diesen Leuten entfernen. Liebe Geschwister, der Prophet Mohammed er kam drei, vier Nächte heraus zu den Leuten, er sagte, Als er nach drei oder vier Nächten aufgehört hat, vorzubeten, wurde er gefragt. Die Sahaba haben auf ihn gewartet. Warum hast du nicht das Gebet für uns vorgebetet, ja Rasulallah? Er sagte, nichts hat mich davon abgehalten, zu euch herauszukommen. Ich wäre sehr gerne, zu euch herausgekommen, außer die Furcht davor, dass Allah euch dieses Nachgebet zur Pflicht macht. Aber als der Prophet Mohammed gestorben ist, konnte es noch zur Pflicht gemacht werden? Antwort, nein, weil die Offenbarung hier geändert ist. Mal vor, nein. Und deswegen, liebe Geschwister, es ist eine Sunnah, die bestätigt ist und diese Überlieferung, die ich vorgelesen habe, ist bei Buchanien mussten. Das heißt, es ist bestätigt. Und Omar hat das in seiner Zeit weiter fortgeführt. Sagt man ja, warum nicht Abu Bakr ist zidig? Abu Bakr ist zidig, womit war er beschäftigt? Erstmal die Amtszeit von Abu Bakr ist zidig, wie lange? Wie lange? Etwas über? Etwas über zwei Jahre. Womit war Abu Bakr beschäftigt? Hä? Wen zu bekämpfen? Die? Die Mutter, die, die angefangen haben, Sakka, ja, Sakka zahle ich nicht und das mache ich nicht und jenes mache ich nicht. Sie fingen an, Fitna zu stiften. Also was hat Abu Bakr gemacht? Er hat sie bekämpft. Und Omar ibn Khattab, Hadith bei Bukhari, er sagte, oh Abu Bakr, willst du Leute bekämpfen, die la ilaha illallah sagen. Er sagte, Wallahi, ich werde jeden bekämpfen, der zwischen der Sakka und dem Gebet einen Unterschied macht. Ich werde jeden bekämpfen, der zwischen der Sakka und dem Gebet einen Unterschied macht. Weil er wusste, wenn er das durchgehen lässt bei den Leuten, dann werden sie sich von der Religion nehmen, was sie wollen. Und Allah azzawajal sagt, Nehmt ihr etwa einen Teil des Buches und lasst einen anderen Teil aus? Strafe gibt es für diese Leute in der Dunya und in der Akira. Wie Allah azzawajal sagt. Wie heute Leute, wenn die Scharia zu seinem Vorteil ist, dann sagt er, ich bin dabei. Richtig? Aber ist sie gegen ihn, dann ist das sein Gelüst, ist sein Gelüst höher als die Scharia. Und das ist kein wahrhaftiger Muslim. Denn ein wahrhaftiger Muslim unterwirft sich den Gesetzen von Allah azzawajal. Allah azzawajal sagt und schickt eure Herzen zu Allah zurück. Inaba ist, wenn du dein Herz zu Allah azzawajal zurückkommst. war nie bereutbar im Herrn. Und unterwirft euch, bevor eine Strafe auf euch zukommt, während ihr es nicht mehr habt. So ist die Sache, liebe Geschwister. Deswegen, was sagen wir zu einem von Ahlul Bidda, der sagt, Omar hat Bidda gemacht. Wir sagen ihm, wir sagen ihm, du sagst nicht die Wahrheit, Omar hat niemals was gemacht. Bidda. Okay? Was ist das Urteil von Salat al-Tarawih? Liebe Geschwister, es gibt Leute, der kommt in die Moschee mit schlechter Laune. Sagst du ihm, was ist los? Ja, das Gebet dauert so lange. Ja, wenn du mit so einer Laune schon in die Moschee kommst, dann besser du bleibst. Du bleibst zu Hause. Imam Nawawi rahimullah ta'ala sagte, Salat al-Tarawih sunnatun bi'ijma'il ulama. Das Tarawih-Gebet ist eine Sunna. Keine Pflicht. Mit dem Konsens aller Gelehrten. Alle Gelehrten von Ahlul Sunnah weil Jamaah sagen, dass dieses eine Sunnah ist. Tayyib, warum kommst du grießgrämig in die Moschee her? Ein Bruder hat mir einmal erzählt, der hat vorgebetet in einer Moschee und dann kam er rein und er wollte gerade zum Platz wo er vorbetet. Mitten auf dem Weg hält ihn dann einer an und sagt ihm, schau mal, mach mal nicht so lang, ja? Subhanallah, mach mal nicht so lang. Was willst du für einen Lohn erwirtschaften? Wisse, oh Diener Allahs, wenn du eine Ibadah mit Hass anfängst, was denkst du, ist dein Lohn gigantisch? Ja, oder? Wie kannst du anfangen, eine Ibadah mit Hass zu vollziehen? Ja, das Gebet ist freiwillig. Wenn du schlechte Laun hast, bleib zu Hause. Und dann hört ihr, der Imam liest und das ist seine Sache, wie viel er liest. Und wir kommen dazu, wie viel die Salaf gelesen haben. Kannst du dem Imam Vorschriften machen, ja oder nein? Nein, aber der Imam sollte natürlich auf die Verhältnisse achten. Wir kommen dazu gleich, Inshallah Ta'ala. Dann hörst du einen im Gebet, der Imam rezitiert und es ist schön. Der macht den Fronten hinten und lässt richtig dieses hören, damit der Imam das hört. Wir sagen ihm, du hast nicht für Allah gebetet. Wie, du hast nicht für Allah gebetet? Hättest du für Allah gebetet, hättest du was gezeigt? Geduld für Allah. Das heißt, für wen hat er gebetet? Für sich selber. Deswegen hat er auch keine Geduld gehabt. Wallahi, wenn wir anfangen, unsere Ibadat mit unserer Geduld für unsere Seelen zu machen, wir würden es nicht lange ertragen. Aber wenn du geduldig bist für Allah, schau mal, ich gebe dir ein Beispiel. Ein Tag von jedem anderen Tag, eines der Tage oder du gehst an einem Tag, du hast Hunger. Du hast Hunger an einem Tag und du fasst es nicht. Und du suchst was zu essen und du findest es nicht. Und du suchst Wachter und findest es nicht. Was passiert hier? Du wirst, hä, aggressiv. Fast ungeduldig. Warum? Weil du hier für deinen Nefs kein Zappel zeigst. Richtig? Aber wenn du fasst es, du isst ja auch für mehrere Stunden nicht. Aber für wen fasstest du? Für Allah. Und deswegen ist das Fasten anders. Ist das Fasten was? Anders. Deswegen merke dir eine Regel, wenn du für Allah Geduld zeigst, wird Allah dich geduldig machen. Wenn du für Allah was? Geduld zeigst, wird Allah dich geduldig machen. Aber wenn du für Allah keine Geduld zeigst, Wallahi, dann wisse, du wirst das nicht lange durchhalten. Deswegen seht ihr manche Leute, die fangen an mit dem Gebet, drei, vier, fünf, sechs Tage und dann verlässt er wieder das Gebet. Hört, was Allah Azzurajal sagt? Wenn sie aber damit fortgefahren wären, das heißt, das zu tun, was wir ihnen befohlen haben, dann wäre es besser für sie und fester für ihren Traum. Geduld für wen? Für? Für? Für Allah. Aber weil die meisten für sich Geduld zeigen, halten sie das auch nicht lange aus. Deswegen, wenn du eine schlechte Laune hast, das Gebet ist nicht schlecht. Dann bleib zu Hause und verschone, verschone die Muslime vor deiner Person. Na? Liebe Geschwister, es ist eine Sunnah, dieses Gebet auszuführen, bedeutet, dieses Tarawih-Gebet. Es ist erlaubt, dieses Gebet sowohl im Einzelgebet zu beten, als auch in der Jama'ah. Was ist aber das Bessere? Die Gelehrten sagen, das Wahre, das Richtige, das Bessere, die richtige Ansicht ist, dass das Gebet in der Gemeinschaft besser ist. Dass das Gebet in der Gemeinschaft besser ist, liebe Geschwister. Und sogar Abu'l-Abbas und Abu'l-Sahab, sie sagen, das Tarawih-Gebet in der Gemeinschaft ist besser gemäß dem Ijma'ah der Sahabe. Gemäß dem Ijma'ah der Sahabe, radiallahu anhu, war da. Wie viel Raka'ah wird dieses Gebet gebeten? Und Abu'l-Sahab, radiallahu anhu, war da. Er berichtete von Ibn Abdurrahman, der Aisha radiallahu anhu, fragte, wie betete der Gesamte sallallahu alaihi wa sallam während des Ramadan? Sie sagte, er betete nicht mehr als elf Raka'ah. Er betete nicht mehr als elf Raka'ah im Ramadan oder zu anderen Zeiten. Die Information von Aisha radiallahu anhu, dass der Gesamte sallallahu alaihi wa sallam sowohl im Ramadan als auch außerhalb des Ramadan nie mehr als elf Raka'ah gebetet hat. Er betete vier, jetzt passt auf, und fragt nicht danach, wie schön und lang sie waren. Dann betete er drei. Was heißt das? Frag nicht danach, wie schön und lang sie waren. Der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam hat das Gebet in den elf Raka'ah sehr, sehr, sehr lang gemacht. Und deswegen erklären die Gelehrten, war die Handlungsweise von Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, dass er 20 Raka'ah gebetet hat, und es gibt davon authentische und nicht authentische Überliefererketten. Omar ibn al-Khattab hat 20 Raka'ah gebetet, weil er das nicht so lang für die Leute machen wollte. Denn durch die Hinzufügung von Raka'ah, was ist dabei gesunken, die, hä? Was ist gesunken dabei? Er hat die Raka'ah vermehrt, aber dafür wurde weniger rezitiert. Versteht ihr? Deswegen hat er 20 Raka'ah gebetet. Und es ist kein Problem auf 20 Raka'ah zu beten, liebe Geschwister. Schäful Islam rahmatullah a.s. Wenn jemand Tarawih entsprechend den Madhab von Abu Hanifa und Ahmad mit 20 Raka'ah betet, oder entsprechend den Madhab von Imam Malik, Imam Malik hat 36 Raka'ah gebetet, oder mit 13 oder 11 Raka'ah, so hat er es gut gemacht, wie Imam Ahmad rahmatullah a.s. Denn es gibt nichts, wodurch die Anzahl festgelegt werden könnte. Der Prophet Mohammed s.a. hat die Anzahl nicht festgelegt. Die größere oder kleinere Anzahl der Raka'ah hängt also davon ab, wie lang oder kurz der Qiyam da stehen im Gebet andau. Denn der Prophet Mohammed s.a. sagte in einer anderen Überlieferung, die anderen haben einen Beweis auch, wenn sie mehrere Raka'ah beten. Das Nachtgebet ist, was bedeutet das? Doppel, doppel, das heißt zwei Raka'ah, zwei Raka'ah. Und deswegen haben alle Madhab über elf Raka'ah gebetet. Und ich staune, es gibt Leute, der geht heute in die Moschee und wenn er hört, dass dort 20 Raka'ah gebetet werden, dann flippt er aus und macht Ärger in der Moschee. Aber der Jahil weiß nicht, dass die andere Partei auch Beweise dafür haben, was sie machen. Das sind Dinge, man nennt sie, sie sind weit im Verständnis. Was heißt weit im Verständnis? Es gibt keinen klaren Nas. Nas bedeutet einen klaren Beweis, der das eingeschränkt hat. Aisha sagte, der Prophet hat El-Fraqah gebetet. Bete El-Fraqah. Wir beten auch El-Fraqah. Hier wird auch El-Fraqah gebetet. Kein Problem. Aber musst du jemanden bekriegen, der 20 betet? Nein. Wie die? Das ist das fehlende Verständnis von einigen Leuten, die wirklich dann anfangen Ärger zu machen. Wann ist die Zeit für Tarawih? Liebe Geschwister, es gibt Leute, die beten vor dem Isha Gebet des Tarawih. Ich will früh fertig werden, da läuft noch eine Serie. Die Sache ist nicht nach deiner Nase. Die Zeit des Tarawih Gebetes beginnt, wenn das Isha Gebet vorbei ist. Und dieses haben Al-Bagawi und andere Leute, liebe Geschwister, bestätigt. Und es geht bis zum Beginn der Morgen der Morgen. Das heißt, es fängt an, dem Isha Gebet und geht bis zum Beginn der Morgen der Morgen. Die Sahabe sagten, das Tarawih Gebet war bei uns so lang, dass wir befürchteten, den Suhur zu verpassen. Und Isha ist nicht wie in Europa. Hier in Europa manchmal Isha Gebet 11.30 Uhr. Aber in unseren Ländern ist das Isha ungefähr zwischen 19 und 20 Uhr. Lass mal auch 21 Uhr sein. Schaut mal, sie haben nach dem Isha Gebet begonnen bis kurz vor dem Morgen Dämo. Manche haben Stöcke genommen, um sich darauf zu stützen, aber sie haben trotzdem was gezeigt. Heute der Imam sagt Alif Lam Mim Wird er weitermachen? er hat den Anfang der Sura vorgelegt Keine Geduld. Aber wenn Brasilien gegen Deutschland spielt, setz dich hin, richtig, beweg dich nicht. Du hast gezwinkert mit dem Auge, mach dein Auge zu. Für Dunja hat er gedankt, aber für die Religion hat er keine Gedankt. Aber schaut mal, was die Gelehrten sagen, liebe Geschwister, welche Zeit man bevorzugen sollte. Ibn Qudama sagt in Al-Mughli, zu Imam Ahmad wurde gesagt, Verspätest du das Tarawih Gebet bis Ende der Nacht? Er sagte Nein. Die Gewohnheit der Muslime ist mir lieber. Was bedeutet das? Gewohnheit der Muslime ist mir lieber? Bedeutet, ich möchte es ihnen nicht zu schwer machen. Und deswegen bei uns in der Moschee und ihr wisst, Tarawih Gebet fängt später an. Weil das Isha Gebet ist kurz vor 11 Uhr, bei 19 und 10 Uhr, auf jeden Fall. Das Isha Gebet ist ungefähr kurz vor 11 Uhr und danach die Leute haben Arbeit am nächsten Tag. Dann kannst du auch nicht sagen, die sollen mal Geduld zeigen wegen ihrer Arbeit. Nein. Hier betest du ein leichtes Gebet. Halte Seite Hauptsache die Leute spüren diese Atmosphäre, sie sehen ihre Brüder untereinander und das Gemeinschaftsgefühl wird gestellt. Du brauchst hier nicht zwei Stunden zu lesen. Aber es gibt Moscheen, die sind bekannt, wie auch in unseren muslimischen Ländern. Man weiß, wenn du dort hingehst, dann brauchst du eine Blutdrucktablette, weil die beten wirklich nicht. Und wenn du das nicht aushörst, brauchst du erst gar nicht da rein zu gehen. Brauchst du gar nicht erst rein zu gehen. Aber was nicht schön ist, dass manche Imame recht leiten, sie beten das Gebet sehr kurz und der Dua ist länger als das gesamte Gebet. Das ist kein guter Achlaq. Warum? Was ist besser, die Worte Allahs oder die Worte von einem Menschen? Die Worte von Allah. Ihr versteht, was ich meine? Das Tarawih Gebet ist sehr kurz, aber das Dua, kein Problem, du kannst Dua machen, aber bitte nicht länger als das gesamte Gebet. Wenn jemand zu Hause beten möchte, er kann das machen, aber er soll wissen, das Gebet für ihn in der Gemeinschaft ist besser. Anders ist es bei der Frau. Und die Gelehrten haben nur erlaubt für die Frau herauszugehen zum Tarawih Gebet, wenn sie sich erst mal richtig bekleidet. Nummer eins nach der Scharia, das bedeutet, dass sie sich richtig bedeckt. Nummer zwei, sie trägt was nicht auf, kein Parfüm und hat keine Kleidung, die so Schmuckkleidung ist, wo sie andere Leute mit verführen. Wenn das der Fall ist, darf sie nicht zu diesem Gebet gehen. Und das Gebet für die Frau ist natürlich zu hause besser. Besser bedeutet, mehr in der Belohnung, liebe Geschwister. Könnt ihr noch? Ich mache es von euch abhängig. Wenn ihr noch könnt, dann mache ich weiter, wenn nicht, dann machen wir nächstes Mal weiter. Wir können noch weiter. Wirklich? Ja. Kriege ich keine Morddrohung? Nein, ich habe zu denen, du begleitst mich zu töten. Wie ist das Verhalten beim Fastenbrechen? Erstmal sollten wir wissen, wir sollten uns etwas Zeit lassen. Es gibt Leute, der hört den Adhan, der macht nicht mal was vor dem Essen ein. Ein Dua. Schaut mal, was der Prophet Mohammed S.A.W. Allah, erlöst Seelen vom Höllenfeuer und das beim Beginn vom Iftar. Das heißt, mit dem Iftar, dass du deinen Fasten brichst, erlöst Allah deine Seele von der Hölle, aber nicht, wenn du so machst. Das heißt, du sagst ein Dua und wir kommen gleich dazu, welches Dua man spricht, liebe Geschwister und du bittest Allah darum, dass er deine Seele von was bewahrt? Von dem Älter. Ich möchte nur eine Sache, dass ihr das versteht, liebe Geschwister. Alhamdulillah, es gibt Muslime, die praktizieren ihre Religion. Alhamdulillah, denn es ist nicht selbstverständlich, dass in dieser Zeit jemand seine Religion praktiziert. Aber wir wollen diesen Muslimen nur ein Zuckerschlecken dazu geben. Wenn ihr schon eure Religion praktiziert, dann zeigt Allah eine richtige Geragba eine richtige Anstrengung für seine Sache. Ich will euch nur zwei Arten von Dua sagen. Morgen bringst du mir das Geld mehr. Allahumma. Kennt ihr Leute, die so Dua machen? Während er Dua macht, was macht er? Er redet. Und du siehst den anderen, du siehst, er zittert. Er was? Er Er zittert. Warum? Weil er sich anstrengt für die Sache abmacht. Ich will dem anderen keine schlechte Absicht, nicht, dass man mich falsch versteht, aber was fehlt bei ihm? Die? Was fehlt bei ihm? Die? Die richtige Nein, Aufrichtigkeit sage ich nicht, das ist zwischen ihm und Allah, aber die richtige Anstrengung. Rahba. Die fehlt uns. Deswegen, wenn du Allah bei etwas bittest, dann schau, wie ein Kind seinen Vater oder seine Mutter um eine Sache bittet, die er gerne möchte. Wie ist ein Kind? Lässt er locker, wenn er einen Lutscher möchte und der Vater oder die Mutter gibt es ihm nicht? Lässt er locker? Der heult Tränen, Schiffe könnten darauf fahren. Richtig? Lerne von dem Kind, wie er bittet und bitte so an Allah. Liebe Geschwister, es ist von der Sunna das Fastenbrechen sofort, sofort zu vollziehen. Unmittelbar nach Sonnenuntergang. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, die Leute sind so lange oder das Gute bleibt bei den Menschen in dem Maße, wie sie sich mit dem Fastenbrechen beeilen. Was machen manche? Der macht erst mal sein Gebet, hat nicht sein Fasten gebrochen, das gegen die Sonne. Was machst du, wenn du den Erwärmung hast? Sofort brichst du dein Fasten. Auch wenn die Zeit eingetroffen ist, aber der Muadzin hat sich verspätet, hier kannst du trotzdem schon dein Fastenbrechen. Denn ausschlaggebend ist nicht, wann der Muadzin Erwärmung hat, sondern ausschlaggebend ist, ob Marib eingetroffen ist oder nicht. Mach vor. Wenn kein Muadzin kommt, dann brichst du deinen Fasten nicht. Ausschlaggebend ist, wann Sonnenuntergang ist, liebe Geschwister. Richtig ist, dass du sofort dein Fasten brichst. Und der Prophet Muhammad s.a.w. wie Al-Azibn Malik sagte bei At-Tirmidhi, er pflegte das Abendgebet nicht zu verrichten, bis er das Fasten gebrochen hatte und wenn auch nur mit einem Schluck Wasser. Wenn der Prophet s.a.w. keine Datteln hatte, wir kommen gleich dazu, dann hat er mit was begonnen? Mit einem Schluck Wasser. Hauptsächlich er hat was gebrochen sein? Sein Fasten. Das war dem Propheten Muhammad s.a.w. wichtig. Und der Prophet s.a.w. Er pflegte, ich lese jetzt nicht mehr die arabischen Überlieferungen, tut mir leid, weil damit wir es auch nicht zu lang machen. Der Prophet s.a.w. pflegte das Fasten mit reifen Datteln zu brechen. Reifen Datteln, was sind reife Datteln? Das sind diese? Frische Datteln. Frische Datteln, genau. Wie heißen die auf Deutsch? Die heißen Rukban bei uns, also diese frischen Datteln. Okay? Er hat damit erst mal sein Fasten gebrochen, bevor er gebetet hat. Und wenn er keine trockene, wenn er keine, wie habe ich das genannt? Frische Datteln. Ne, auf Deutsch? Frische Datteln. Wenn er keine frische Datteln hatte, dann mit getrockneten Datteln. Und wenn es auch davon keine gab, so nahm er ein paar Schlücke Wasser. Berichtet bei At-Tabarani, rahmatullah Ali. Das bedeutet hauptsächlich, du brichst dein Fasten zu der Zeit. Und du sprichst folgendes Bittgebet. Wenn du dein Fasten brichst, ذَهَبَ الزَّمَع وَبْتَلَّتِ الْعُرُّقِ وَثَبَتَ الْأَجْرُّ Das bedeutet, der Durst ist vorübergegangen, die Adern wurden befeuchtet und die Belohnung wurde fällig, so Allah Azza wa Jal will. Es gibt eine andere Überlieferung, اللهم لَكَ سُمْتُ وَعَلَى رِزْكِكَ أَفْطَرْتِ Und so weiter. Diese Überlieferung ist umstritten unter den Gelehrten. Ibn Al-Qayyim, rahmatullah ta'ala, sagt, dass sie daif ist, liebe Geschwister, und auch Chef Al-Albani, rahmatullah Ali. Deswegen soll man lieber die Erste nehmen, die wir genannt haben. Die Müdigkeit und der schwache Zustand werden mit diesem Bittgebet aufgemacht. Subhanallah Ali. Und dann gibt es das Suhur, liebe Geschwister. Suhur oder Sahur? Beides ist richtig. Was ist das Suhur? Wann nimmt man das ein? Nein. Vor dem, vor der Morgendämo. Und der Prophet Muhammad S.A.W. sagte, Tassaharu fa'innafis Sahur barakah. Nimm den Suhur ein, denn darin ist Wannis Segen. Und er sagte, ma beynna siyamina wa siyami ahlil kitab, akla asah. Er sagte, der Unterschied zwischen uns und den Leuten der Schrift ist der Suhur. Deswegen sollen wir dieses nicht auslassen, liebe Geschwister. Und der Suhur wird so spät wie möglich eingenommen, bis zum Adhan. Ab dem Adhan wird dann signalisiert, du darfst jetzt nur noch dein letztes Bedürfnis erfüllen und dann warst du es. Denn der Prophet Muhammad S.A.W. sagt, der Hadith bei At-Tirnidhi, wenn jemand von euch den Adhan hört, bedeutet, zur Morgendämmerung und er hat noch ein Gefäß in der Hand, dann soll er sein Bedürfnis erledigen und die Schale weglegen. Bedeutet, wenn du noch bis in den Adhan hinein trinkst, kein Problem. Aber es heißt nicht, sich eine Mahlzeit neu zu machen. Denn mit dem Adhan wird das Ganze beendet, liebe Geschwister. Denn Allah Azzawajal sagt, isst und trinkt, bis der schwarze Faden sich von dem weißen Faden trinkt. Schaut mal diesen Befehl. Isst und trinkt, bis bis Ja? Verstanden? Isst und trinkt bis bis zu dieser Morgendämmerung. Und lustig ist, dass es heute Leute gibt, die nehmen einen Kalender und machen was? Eine Imzak-Spalte. Imzak bedeutet, ab da sollst du nichts mehr essen. Und dieses Imzak ist eine Bitter. Die machen praktisch eine Zeit, 10, 15 Minuten, bevor die Morgendämmer anfängt und sagen, ab hier isst du nichts mehr. Verboten bei ihnen. Subhanallah. Allah sagt, isst und trinkt bis zum Morgendämmerung. Und sie sagen, hör auf, 15 Minuten vorher zu essen. Auf wen sollen wir hören? Das ist lustig, oder? Die Sunna, und wir hören das gleich, die Geschwister, ist die Sunna von allen Propheten, nicht nur von Propheten, Muhammad SAW, dass man den Suhur verspätet. Verspätet. Weil darin liegt Segen, liebe Geschwister. Wie gesagt, dieses Imzak, was eingetragen wird, in den Kalendern, gehört überhaupt nicht zu Sunna und ist gegen die Sunna. Aber heutzutage ist sowieso Sunna bidda und bidda ist Sunna. Wir leben in dieser Zeit, liebe Geschwister. Der Prophet SAW sagte, meine Oma bleibt so lange im Guten, wie sie das Fastenbrechen vorzieht und das Suhur verzögert. Das Suhur, was? Verzögert, überliefert, bei Imam Ahmad, Rahmatullah Ali. Und wir beenden, liebe Geschwister, mit der Handlungsweise der Salaf, radiallahu anhum, wa arba'um, dass sie nicht ihr Fasten gebrochen haben, außer, dass sie andere zum Fastenbrechen eingeladen haben. Das war ihre Handlungsweise, liebe Geschwister, weil der Prophet Muhammad SAW sagte, und das ist ein gewaltiger Lohn, den er uns signalisiert hat, aber leider beachten diese Leute nicht diesen gigantischen Lohn. Er sagte, man fattara sa'iman, kana lahu mithlu ajri. Derjenige, der einen Fastenden speist, bekommt denselben Lohn wie er. Mindestens den, den du eingeladen hast, was hat er für eine Tat gemacht? Er hat. Er hat. Gefasst. Mindestens hat er gefasst. Und manche lesen noch Koran und Kapitel vom Koran und machen Dua und spenden. Ihren ganzen Lohn hast du. Aber du sollst ihn satt machen, ja? Wirst du seine Taten und ihm eine Seilstange geben? Du sollst ihn schon satt machen, den Bruder. Oder die Schwester. Na ja. Und Ali radiallahu an sagte, es ist mir lieber, dass ich zehn von meinen Gefährten einlade zum Essen, als dass ich zum Markt gehe und einen Sklaven kaufe und ihn freilassen. Weil sie wussten, wie gewaltig diese Belohnung ist. Und sie haben ihr Fasten nicht gebrochen. Ihre Türen standen auf im Ramadan. Jeder, der kommen wollte, hat mit ihnen das Fasten gebrochen. Hab ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Hab ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Schaitan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Ich entschuldige mich nochmal, wir haben etwas länger gemacht, aber dafür haben wir das Kapitel jetzt beendet. Nochmal nächsten Montag, wenn Sonntag oder Montag das Fest ist, dann fällt der Unterricht aus und die darauffolgende Woche, wir schreiben das sowieso auf unserer Seite, inshallah, und die darauffolgende Woche fangen wir dann mit dem Annikah an, inshallah, damit ihr alle, wenn ihr heiratet, auch vorbereitet seid auf die Heimat. Wer möchte von euch überhaupt heiraten? Keine Angst, ich mache keine Werbung für euch. Na, wer Fragen hat, so können wir das jetzt in Kürze klären, inshallah, die Frauen können ihre Fragen aufschreiben, aber wir wollen es nicht allzunahend machen. Tei, tafadda, 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 jetzt manche Moscheen essen bis 3 Uhr und manche bis 3 Uhr und manche bis 3 Uhr 30. und ich esse auch bis 3 Uhr 30. Na, wie sieht es aus, als in einer Moscheen mit, die bis 3 Uhr essen, die machen ja Asan, na, kann ich trotzdem weiter essen? Wie ist das? Der Bruder stellt eine gute Frage. Es gibt ja unterschiedliche Zeiten in den Kalendern, vielleicht habt ihr das gemerkt. Ihr solltet nur eine Sache wissen, liebe Geschwister, die meisten tragen in den Kalendern die Fajr-Zeit ein, nicht die echte Morgen der Morgen, sondern die unechte. Es gibt Al-Fajr-Al-Kadr und Fajr-Al-Sadiq. Dazwischen ist ungefähr eine halbe Stunde. Hast du sie? Okay? Und deswegen, was mache ich aber, wenn ich in einer Moschee bin, die haben um 3 Uhr zum Beispiel, fangen sie an. Dann ist du hier nicht vor ihnen. Um was zu entgehen, der Fakir? Weil sonst gibt es Probleme. Und wenn die schon wissen, das nicht vor ihnen zu machen. Du kannst das für dich machen. Heimlich. Heimlich. Aber so, dass sie das nicht sehen, damit man nicht diese Fitna macht, liebe Geschwister. Wir wollen nicht im Ramadan auch noch streiten mit den Leuten. Aber ihr wisst ja, manche Leute sind immer streitsüchtig im Ramadan und außerhalb vom Ramadan. Nein. Statt einfach. Was sagen die Gilaat über den Dua, den man zu Fajr und zu Maghrib sagt, Allahumma ajjanna minanar sieben Mal? Was ist mit dem Dua, den man zum Fajr und zum Maghrib sagt, Allahumma ajjanna minanar, ich muss noch mal nachgucken. Ich muss noch mal nachgucken bezüglich dessen. Aber was auf jeden Fall authentisch überliefert ist, das ist in Sahih al-Jama' von Cheikh al-Albani derjenige, der am Tag sieben Mal sagt, von mir aus, Allahumma ajjanna minanar oder Allahumma ajjanna minanar und so weiter. Er sucht Schutz, Schutz vor dem Höllenfeuer. So wird das Höllenfeuer am Tage der Auferstehung Allah solange darum bitten, ihm zu vergeben, bis Allah ihm fällt. Derjenige sagt, wann? Zu Fajr oder zum Maghrib? Am Tag, am Tag. Am Tag. Und genauso, Allahumma ajjanna minanar, lass mich in das Paradis eingehen. Diese beiden Sachen sagst du sieben Mal am Tag und das ist authentisch überliefert. Aber bei den anderen Sachen muss ich noch mal nachgucken. Aber ich denke, vielleicht ist es sogar dieselbe Überlieferung. Allahumma ajjanna minanar, na, Fatah. Ich gehe manchmal in die Albanische Mursi, mein Opa, dann bieten die 20 Raka'at und machen sehr schnell. Ja. Ich mache es einmal vor so, ich weiß schon, ich kenne es schon. Alhamdulillahi rabbil almi rahman rahman rahim malik ja und dien. Und dann Erflamim Allahumma ajjanna minanar. Nein. Bis dann, ähm... Ich habe verstanden. Die Frage ist, wie ist das Gebet, das Urteil vom Gebet? Wie ist das Urteil von einem Jett-Gebet? Jett-Imam-Gebet? Ist das überhaupt in Ordnung oder nicht? Liebe Geschwister, ihr solltet eine Sache wissen. Tarweeh auf Arabisch heißt was? Was heißt Tarweeh auf Arabisch? Tarweeh ist Mehrzahl. Was heißt Tarweeh? Was heißt das? Erholung. Wallahi, man findet darin alles außer Erholung. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, das Prinzip vom Gebet ist schon mal gar nicht richtig. Wenn du die Möglichkeit hast, woanders zu beten und dein Opa mitnehmen kannst, dann versuche das nicht. Wallahi, das ist kein Geschmack. Ich meine, wird man Konzentration haben in so einem Gebet? Und deswegen, man soll von diesem Gebet oder man soll dieses Gebet genießen. Allah Ta'ala. Wa ala. Na. Tai. Na. Am Sonntag oder Montag, oder? Am Sonntag oder Montag, wir werden das auf unserer Seite inshallah, damit es wieder viel Streit gibt, wenn wir das auf unserer Seite wieder streiten. Inshallah, möge Allah azza wa jall unsere Ummah vereinigen und möge Allah azza wa jall die Ummah zum selben Tag Eid machen lassen. Barakulahu fikum, und jazakum nachheran. Am Mittwoch haben wir ganz normal und tisch. Inshallah, wir werden auch ein Gast haben bei Ibn Allah Ta'ala. Wir hoffen, dass ihr zahle reich așheit. Und acht sind und in der Sahabe musik. Am Mittwoch, jazakum nachheran. Wassalamu alaikum warahmutullahi barakat. Assalamu alaikum warahmutullahi barakat. Assalamu alaikum warahmutullahi barakat. Uchaiyake Allah, wa salamu alaikum warahmutullahi barakat. Ich habe die Oberfläche gezogen. Ja. Ja. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe das nicht gesehen. Allhamdulillah, ich danke dir. Ich bin einig. Nein, ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Schönen Sieg. Ich bin einig. Ich bin einig.